Es ist eine der letzten Mahlzeiten, die sich Rolf Horst-Seiler noch zubereiten kann. Bald wird es eng. Wie viel Geld haben Sie denn noch im Hossensack? Ich habe noch 30 Franken. Von der Prozenekdote. Das ist alles. Das ist alles. So, komm essen. Prätig. Dass ihm das Wasser bis zum Halse steht, ist nichts Neues. Es war ein Leben lang so. Seiler ist 76 und lebt von einer minimalen AHV plus Ergänzungsleistungen. Aber an dieses Geld kommt er nicht mehr ran. Als er kürzlich zur Bank ging, wurde ihm mitgeteilt, dass das Betreibungsamt sein Konto gesperrt habe. Und dann, wie haben Sie reagiert? Dann habe ich gesagt, ja ... Dann müsse ich das zuerst abklären, was da los ist. Und dann haben Sie den Betreibungsamt angerufen? Nein. Ich wusste schon, was los ist. Ich komme mir in der Zettel alle Woche und komme mir ein paar von diesen Betreibungen anüben. Und ich kann keine erfüllen. Seiler wohnt noch nicht lange zur Untermiete in einem Bauernhaus in Ranflühe im Emmental. Und schon liegt er wieder im Clinch mit den Behörden. Er ist eines von Tausenden von Opfern von administrativen Zwangsmassnahmen. Seiler lebte fast 40 Jahre lang im Wald, auf der Frucht vor der Gesellschaft. Menschen misstraut er. Tiere sind ihm lieber. Hier leiden keine. Und sie haben immer alles. Sie haben Heu, sie haben Wasser, sie haben einen sauberen Stall. Hier ist nichts verdreckt. Das ist alles sauber, immer. Wenn ich das im Wald hatte, was die Geister hier bei mir haben, dann wäre ich der glücklichste Mensch gewesen. Nur das hier. Das hat mir schon gelangt. Das hatte ich nicht im Wald. Ich habe immer gefroren. Wenn ich daran denke, friere ich heute noch. Und die Kälte tut weh. Und zwar ganz verrückt, tut die Kälte weh. Während seiner Zeit im Wald hielt Seiler immer Ziegen. Freunde seien das. Treu und ehrlich. Ähnlich wie Hunde. Anders als Menschen. Komm so hin, komm. Komm, Gästchen, komm. Sie sind jetzt zwölfjährig. Sie sind die liebsten Kälte, die man sich vorstellen kann. Seine erste Ziege fand er angekettet an einen Baum. Seiler befreite sie und kümmerte sich um sie, bis sie eines Tages friedlich einschlief, den Kopf in seinem Schoss. Für mich war das ein Traum, dass sie so in meinem Schoss gehen konnte. Ohne Leid. Sie spürte kein Leid. Sie hat einfach eingeschlafen. Sie hat einfach das Herz abgestellt. Für mich war das wunderbar. Ein wunderbarer Tod. Wie würden Sie selber mal gehen? Ach so? Und in wem seinem Schoss wäre Ihr Kopf? Wie einer Katze. Also bei einem Tier, nicht bei einem Menschen? Ja, bei einem Tier. Da braucht man keinen Menschen dazu. Jetzt kommt sie. Ja, passiert dir doch nichts. Es war zu Beginn der 1960er-Jahre. Seiler war kaum volljährig, als sein jahrzehntelanger Leidensweg begann. Er galt als arbeitsscheuer Tuniggut, der entmündigt und umerzogen gehörte. Um sich dem Zugriff der Behörden zu entziehen, sah er nur einen Ausweg. Er versteckte sich im Wald. Er versteckte sich im Wald. Die Röhre ist nicht mehr. Aber da war ich lange. Du musst ins Dickreich hinein, weil sie sonst die Börste entdecken. Weil sie etwa durch den Wald gehen. Oder auch Wildhüter. Oder Jäger. Und dann heisst es abfahren. Das ist allem eine Polizei. Anfangs lebte er in den Wäldern rund um Aarau, wo er aufgewachsen war. Später zog er als Vagabund durch ganz Europa. Der Sonnengrube ist ideal. Weil da kannst du Schlaube reinmachen. Natürlich die Ochse. Hier bist du geschützt von Sichtschutz. Also hier hat sie mein Lager gemacht. Und hier drüber rein. Da könntest du noch eine Plache hängen. Eine grüne Plache. Dann sieht dich nicht so schnell ein. Oder als Jungspund ist das da ein Jux, oder? Mit dem Alten hast du langsam ein Problem. In jener Zeit sammelte Seiler leere Flaschen und lebte mehr schlecht als recht von deren Pfand. Die Jahrzehnte im Wald unter prekärsten Bedingungen haben Spuren hinterlassen. Z.B. an seinen Füssen. Die dauernde Feuchtigkeit hat seine Zehennägel zerstört. Sie sind ganz dick. Ein Pilz. Sie haben nichts rausgezogen. Sie haben es schon ein paar Mal rausgezogen. Das bringt nichts. Das bringst du nie mehr weg. Er ist ein Überlebenskünstler. Sonst hätte er dieses Leben als Obdachloser nicht so lange durchgehalten. Was haben Sie sich denn ernährt? Hauptsächlich Brot und Servalat. Das war meine Hauptnahrung. Brötchen, Servalat. Vielleicht mal ein Süppchen, aber ein Süppchen ist schon schwierig. Dann musst du wieder ein Ding haben. Ein Kessel, der führfest ist. Dann musst du das wieder mitschleiken. Meistens habe ich Konservenbüchse eingenommen. Das geht auch. Seilers Unheil nahm im Alter von neun Jahren seinen Lauf. Er hatte eine Hirnhautentzündung, an der er fast gestorben wäre. Danach war er in der Schule unkonzentriert, hatte Lernschwierigkeiten. Seine Lehre musste er abbrechen. Seine Probleme wurden allerdings nicht als Folgeschäden seiner Hirnhautentzündung interpretiert, sondern als Faulheit und Charakterschwäche. Wir reisen noch weiter zurück in seine Vergangenheit, zu seinem Elternhaus im aargauischen Buchs. Nach dem Abbruch seiner Lehre zog er sich in sein Zimmer zurück. Diverse Arbeitsversuche scheiterten. Die Behörden wurden auf ihn aufmerksam. Das war mein Zuhause, das ich nie mehr gesehen habe. Er sollte auf eigenen Beinen stehen, den Eltern nicht zur Last fallen. Darum holten ihn eines Morgens zwei Polizisten ab und nahmen ihn mit auf den Posten. Du darfst keinen Kontakt mehr zu den Eltern aufnehmen, zu den Geschwistern, Freunden, Verwandten. Du darfst keinen Kontakt mehr aufnehmen. Wenn wir davon erfahren, dass du Kontakt aufnimmst, kommst du in ein Erziehungsheim. Schluss, alles Punkt, keine Diskussion. Dann konnte ich wieder gehen. Dann stand ich auf der Strasse mit dem, was ich anhatte. Eine Jacke, eine Hose, Schuhe und Finito. Die Eltern, selber überfordert mit dem Sohn und eingeschüchtert durch die Behörden, ließen es geschehen. Tausende von Menschen wurden im 20. Jahrhundert in der Schweiz Opfer von behördlicher Willkür. Unter dem Titel Administrative Versorgung wurden die Grundrechte von Betroffenen jahrzehntelang systematisch verletzt. Lange wehrte sich die Politik gegen eine ernsthafte historische Aufarbeitung und wies eine finanzielle Wiedergutmachung weit von sich. Das änderte sich unter Simonetta Sommaruga als Vorsteherin des EJPD. Die Politik war unter Druck geraten, weil der Unternehmer Guido Fluri über 100'000 Unterschriften für eine Initiative gesammelt hatte, die Wiedergutmachung forderte. Die Schweiz entschuldigte sich offiziell und sprach einen Solidaritätsbeitrag von 25'000 Fr. pro Opfer. Damit endete ein jahrzehntelanger Kampf. Oder besser, er hätte enden sollen. Viele kämen auch in ein Loch, weil sie keine Möglichkeit haben, zu kämpfen. Im Prinzip ist die Anerkennung des Leid ja da. Aber weil sie so schwerst traumatisiert sind, wird es viele davon auch nie ein Ende haben. Sie können sich nie von dieser dramatischen Geschichte lösen. Viele werden es auch so ins Grab nehmen. Woher? Es ist so gross, es hat nicht einmal Platz hier drin. Seiler ist weit davon entfernt, mit seiner Vergangenheit abzuschliessen. Er besitzt schon ganze Berge von Akten und fordert immer noch mehr an. Er will alles wissen, was ihm angetan wurde und von wem. Ich denke, ich habe noch eine Rechnung dabei. Das würde man nicht wundern, wenn ich eine Rechnung dabei hätte. So habe ich mal ausgesehen. Das Leben, das kannst du nicht mehr nur einmal leben. Du bist herum. Das ist vorbei. Kaputt und vorbei. Das ihm Unrecht geschehen ist, hat er inzwischen schriftlich. Wir haben ihr Gesuch geprüft und festgestellt, dass sie ein Opfer im Sinne des Gesetzes sind. Die Behörden anerkennen damit, dass ihnen Leid und Unrecht angetan worden ist, dass sich auf ihr auf ihr ganzes Leben ausgewirkt hat. Das ist ... Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Neben einer Entschuldigung des Bundes hat er 25'000 Fr. bekommen. Damit ist sein Fall für die Behörden abgeschlossen, für ihn allerdings noch lange nicht. Nach allem, was ihm angetan worden sei, stünde ihm mehr Zusatz eiler und hofft, dass die Behörden das auch so sehen. Das verlangt sie, dass sie zu mir kommen und sagen, wie könnte man ihnen, dass sie mit uns, dass sie in Frieden gehen können. Das erwarte ich von der Justizbehörden. Diesen Satz erwarte ich von ihnen. Ich glaube, da können sie lange warten. Das ist wahrscheinlich so, weil die Leute keinen Anstand und keinen Respekt haben. Das sage ich dazu. Die haben keinen Anstand und keinen Respekt. Seiler lebt seit einigen Jahren nicht mehr im Wald. Aber Behörden, Beamte und offizielle Stellen sind für ihn weiterhin ein rotes Tuch. Was haben Sie für ein Gefühl? Nicht gut. Nicht gut? Nein. Er befindet sich immer noch im Klinsch mit dem Betreibungsamt, das ihm sein Konto bei der Berner Kantonalbank gesperrt hat. Er steht v.a. beim Staat mit ein paar Tausend Franken in der Kreide. Steuern, Gerichtskosten, Bussen. Weil ihm der Staat jahrzehntelang Unrecht angetan habe, schuldet der Staat ihm Geld. Nicht umgekehrt, findet Seiler. Der Staat und das Betreibungsamt sehen es anders. Und jetzt, was ist? Das Betreibungsamt Burgdorf will sich vor der Kamera nicht äussern, teilt aber schriftlich mit, Seilers Konto sei gesperrt worden, weil er jegliche Zusammenarbeit verweigere. Es sei eine besondere Dringlichkeit gegeben. Das Betreibungsamt erachtet die Kontosperrung gestützt auf die bundesgerichtliche und kantonale Rechtsprechung als zulässig, dass sich Horst Seiler seit mehr als acht Monaten dem Pfändungsvollzug entzieht. Die 25'000 Franken, die er vom Pump bekommen hat, hat er unter anderem in ein Auto investiert. Ein kleines Stück Freiheit für einen, der immer wieder eingesperrt war. Teilweise administrativ versorgt, um ihn umzuerziehen, teilweise, weil er delinquierte. Seiler landete zum Beispiel wiederholt in der Justizvollzugsanstalt Lenzburg. Meist ging es um Vagabundismus oder Zechprellerei. Wenn er es im Winter nicht mehr aushielt im Wald, quartierte er sich in einem Gasthof ein und konnte nicht bezahlen. Das hatte Holztüren, Eichentüren. Jetzt haben die Medalltüren. Das war alles. Auch das Böderchen, da weiss ich alles noch. Marcel Ruf, der heutige Direktor der JVA Lenzburg, nimmt sich Zeit für einen Rundgang. Seiler war es ein Anliegen, hierher zurückzukehren, wo er mit einigen Unterbrechungen Jahre verbracht hatte. Der Direktor führt ihn zu einer Zelle, die noch genauso aussieht wie damals, als Seiler hier eingesperrt war. Die Vergitterung hier ist auch nicht normal. Also so ist es gewesen. Das sind ein paar Sicherheitszellen, die hat man hier noch gemacht. Ja. Aber die hatten wahrscheinlich nicht. Nein, die hatten nicht. Aber das nächste ist genau das. Heute weiss man, Seiler wäre kein Fall für Zwangsmassnahmen gewesen, sondern für die IV. Ein Gutachten hat inzwischen festgestellt, dass er infolge seiner schweren Hirnhautentzündung sein Leben lang weitgehend erwerbsunfähig gewesen ist. Damals hielt man ihn jedoch schlicht für einen arbeitsscheuen Tunichgut. Die Staatsanwälte, die Richter, die Advokate, die Gemeinsbehörden, die Vormundschaftsbehörden und all die, die hier dran mitgeschaffen haben und unser Leben zerstört haben, das tun nicht gut. Und das sind sogenannte Nichtsnutzen. Weil die nutzen gar nichts. Was die machen, ist eigentlich Leben zerstören. Das machen die. Und solche Leute lässt man frei rumlaufen. Seiler möchte eine Weitergutmachung für all die Jahre, in denen ihm eine IV zugestanden hätte und für seine Zeit hinter Gittern. Zur Zechprellerei habe ihn der Stadt quasi genötigt. Später kamen allerdings auch noch andere Delikte dazu. Er mietete z.B. Autos und verkaufte sie an Autoschieber, um an Geld zu kommen. Er hat mir die Justizbehörde geholfen, wenn ich immer darum bete, dann helfen mir doch anstatt, dass sie mich da drangsalieren das ganze Leben lang. Dann bieten wir doch endlich einmal Hand. Nein, uns verrecken nicht. Und dann bin ich ausgerastet, und habe gesagt, so und jetzt ist fertig. Und bin zum Täter geworden. Tut ihnen dann das Leid? Äh... Das ist zwiespältig. Das ist zwiespältig. Einerseits weiss ich natürlich, mein Gewissen sagt mir, das macht man nicht. Das ist ganz klar. Ein Mensch, der ein Gewissen hat, der macht das nicht. Aber ich sage mir, in meinem Notstand, wo ich gewesen bin, äh... Ich habe das in Notwehr gemacht. Und weil er aus Notwehr gehandelt habe, treffe ihn keine Schuld, findet Seiler. Schuld an allem sei der Staat. Der habe ihm ja erwiesenermassen Unrecht getan. Das Bundesamt für Justiz sieht es anders. Sie scheinen von der Annahme auszugehen, dass ein Opfer nach dem Bundesgesetz über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981 nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden kann, wenn diese Person aus einer tatsächlichen oder vermeintlichen Notsituation heraus straffällig geworden ist. Diese Annahme ist jedoch falsch. Straflosigkeit sei nicht vorgesehen. Die in jungen Jahren erlittenen Traumata haben nicht nur bei Seiler, sondern bei vielen Betroffenen zu brüchigen Biografien geführt, sie für ihr Leben gezeichnet. Im soloturnischen Mümliswil wurde ein ehemaliges Kinderheim zu einer Gedenkstätte umgebaut. Ein Mahnmal gegen das Vergessen. Grüezi. Grüezi miteinander. Grüezi. Grüezi, Seiler Baumgartner. Seiler. Ja, wie ihr sicher wisst, bin ich einer von den sogenannten administrativen Sorgten. Eine Mittelschulklasse aus dem zürcherischen Hottingen hat Seiler gebeten, ihnen von damals zu erzählen, als jene am Rande der Gesellschaft der vollen Härte eines willkürlichen Staates schutzlos ausgeliefert waren. Das ist eine Ohnmacht. Man ist dem ausgesetzt und kann sich nicht wehren. Und wenn du wehrst, wirst du gestraft. Die Mittelschüler hören aus erster Hand, wie schwer es ist, ein Leben, das aus den Fugen geraten ist, wieder in geordnete Bahnen zu lenken. Und dass die Versöhnung mit der Vergangenheit damit anfangen kann, sich selbst zu vergeben. Ich glaube, das ist Glück im Leben. Dass du am Ende des Lebens kannst sagen, ich habe so gelebt, dass derjenige, der mir das Leben ja gegeben hat, dass der sagt, okay, du hast manchmal schiefgelaufen, aber du hast das Beste daraus gemacht und du hast mir keine Schande gemacht. Das ist das Glück. Also, wir wissen jetzt, was das Glück ist. Vier Jahre lang hat eine unabhängige Expertenkommission die administrativen Versorgungen in der Schweiz historisch aufgearbeitet. Kommissionspräsident Markus Notter übergibt Bundesrätin Karin Keller-Sutter den Schlussbericht samt Empfehlungen. In unserem Land ist Zehntausenden von Frauen und Männern Unrecht angetan und Leid zugefügt worden. Sie haben lange kein Gehör bekommen. Unser Staat, unsere direkte Demokratie leben davon, dass wir die Stimmen der Menschen in unserem Land hören. In ihrem Fall und in Zehntausenden anderen Fällen wurde dieses Credo nicht gelebt. Im Gegenteil, der Staat hat sie mit seinem Eingriff in ihr Leben geschwächt. Bundesrat und Parlament haben sich entschuldigt und das Unrecht anerkannt. Der Staat hat nicht die Aufgabe, seine Bürgerinnen und Bürger zu bessern. Er muss sie ihre Freiheit und ihre Sicherheit schützen und stärken. Meine Damen und Herren, ich werde mich mit aller Kraft dafür einsetzen, dass das nicht vergessen geht. Auch Seiler will nicht vergessen. Ja, er kann nicht vergessen. Er will von der Bundesrätin wissen, wen er mit seinen weiteren Forderungen nach Wiedergutmachung angehen könnte. Sie verweist ihn an den Kanton, in dem sein Unglück seinen Anfang nahm, den Aargau. Ich habe heute noch Albträume im Bett. Ich habe Albträume von diesen Verfolgungen, die ich das ganze Leben erledigen musste. Und das kannst du nicht einfach sagen, da Strich drunter. Der Strich drunter ist unmöglich. Seilers finanzielle Probleme haben sich zwischenzeitlich entspannt. Er hat das Betreibungsamt überlistet, indem er ein neues Konto bei einer anderen Bank eröffnet hat und sich sein Geld dorthin auszahlen liess. Hier habe ich das Herr da. Die Rente vom Februar. 2'700 Fr. Und ein bisschen mit dem Essen gehen. Was ist das mit dem Geld? Jetzt muss ich zuerst einmal die Schulden zurückzahlen, die entstanden sind in den letzten Monaten, in dem ich kein Geld hatte. Wie geht es denn jetzt weiter? Mir will schon wieder etwas einfallen. Ich bin da sehr beweglich auf diesem Gebiet. Bin ich wirklich beweglich. Ich weiss noch einen anderen Weg. Also um Sie muss man sich keine Sorgen machen? Nein, ganz sicher nicht. Wenn einer 41 Jahre überleben kann, ohne Geld, im Wald, dann muss es also oder niemand mehr etwas vormachen wollen. Ganz sicher nicht. Da bin ich gewappnet. Das Betreibungsamt hat die Kontosperrung kurz darauf aufgehoben. Der Kampf mit den Behörden ruht. Jedenfalls für den Moment. 2 2 3 5 5 6 10 10 12 15